Luca und Christina Henni erwarten ihr erstes Baby. Luca und Christina Henni werden zum ersten Mal Eltern. Was für wunderschöne Neuigkeiten! Bei Let's Dance lernten Luca, 29, und Christina Henni, 33, sich vor einigen Jahren kennen und wenig später auch lieben. Seitdem führen die beiden für viele Fans die perfekte Beziehung. Erst das gemeinsame Liebesnest, dann die Traumhochzeit. Auf eine Nachricht haben viele jedoch noch gewartet. Und nun ist es endlich soweit. Christina und Luca erwarten ihren ersten Nachwuchs. Christinas Babybauch ist nicht mehr zu übersehen. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen lassen Luca und Christina Henni jetzt die Babybombe platzen. Auf Instagram veröffentlichten die zwei mehrere Fotos, auf denen sie nicht nur bis über beiden Ohren strahlen. Sondern auf denen auch der Babybauch der Tänzerin bereits deutlich zu sehen ist. Christina Hennis Schwangerschaft scheint also schon etwas fortgeschritten zu sein. Zu den Fotos schreiben sie Babyloading Natürlich sind auch die Fans total begeistert und überhäufen die werdenden Eltern in den Kommentaren mit Glückwünschen. Dem schließen wir uns an. ... ... ... ... ...